Dann, in 60 Sekunden! Ich grüße euch Leute! Megalodon Rising von The Asylum, in 60 Sekunden! Mr. President, ein Döner ohne Zwiebeln. Ist doch sooo schwer. Hör mal, ich brauch den Veggie Burger ohne Zwiebeln. Sonst wird die Kommandantin sauer. Captain Ping, hören Sie endlich auf zu saufen! Ma'am, vertrauen Sie auf die Macht. Die Chinesen tun das auch. Verdammt, sage ich. Ich sollte endlich mit dem Kiffen aufhören. Genial, ein kaputtes Huawei als Superwaffe. Bitte, Ma'am, grüße aus Solingen. Ah, ja, 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 ja. Dann schmiere ich jetzt ne Stulle. Wir brauchen ein größeres Boot, sage ich Ihnen. Ayippie, ayie, Schweinebacke! Ja, ich kann Ihnen berichten, der Megalodon ist mausetot. Jawohl, Ma'am!